Das erste Band, Kitzelstein Mr. Kitzelstein, wie Sie sehen, habe ich meiner historischen Verantwortung vollbewusst bereits damit begonnen, die Geschichte meines Lebens aufzuschreiben, auch wenn ich gestehen muss, dass ich in zwei Jahren nicht über den ersten Absatz hinausgekommen bin. Wer weiß, wie lange ich noch an meiner Autobiografie gesessen hätte, wenn Sie nicht angerufen und mich für Ihre New York Times um ein Interview gebeten hätten? Wie ich das mit der Berliner Mauer hingekriegt habe? Ja, es ist wahr. Ich war's. Ich habe die Berliner Mauer umgeschmissen. Ich werde Ihnen erzählen, wie es dazu kam. Die Welt hat ein Recht auf meine Geschichte, zumal sie einen Sinn ergibt. Die Geschichte des Mauerfalls ist die Geschichte meines Pinsels Und das sind keine Perneler-Protzereien, sondern Mosaiksteine der historischen Wahrheit. Und wenn Sie nicht wollen, dass noch Fragen offen bleiben, müssen Sie schon akzeptieren, dass meine Schilderungen ziemlich schwanzlastig geraten. Dass ich ausgerechnet Ihnen die Geschichte meines Schwanzes erzähle, hat nicht nur mit Ihrer Spürnase zu tun, sondern vor allem mit Ihrer Visitenkarte. Wann bekommt man schon die Chance, sich einem Korrespondenten der New York Times anzuvertrauen? Zumal ich mich frage, wo Sie so jemanden wie mich präsentieren. Doch nur auf der Titelseite, woanders geht's gar nicht. Was für eine Aussicht. Ich, Beendiger der Geschichte auf der Titelseite der New York Times, dem Sprachrohr des liberalen Weltgewissens. Um solche Formulierungen bin ich nie verlegen. Womit mir meine zweite Titelseitenpräsenz bevorsteht, denn bereits als Neunjähriger kam ich auf die Titelseite der NBI, Neue Berliner Illustrierte, der auflagenstärksten Wochenillustrierten. Das war in der dritten Klasse, als wir einen neuen Schuldirektor bekamen. Sinnvolle Freizeitgestaltung war nach seinem Verständnis nur innerhalb von Arbeitsgemeinschaften denkbar. Und weil die Beteiligung in Arbeitsgemeinschaften auch in die Statistik einging, peilte unser Direktor als Kampfziel an, dass 100% seiner Schüler in Arbeitsgemeinschaften mitmachen. Rein gefühlsmäßig neigte ich der AG Segeln zu, aber meine Mutter wollte nicht, dass ich irgendwo bin, wo man sich die Finger einklemmen kann oder ich weiß doch, welche Zustände auf Segelbooten herrschen, Splitter einreißt. Mach, was du willst, aber zum Segeln gehst du nicht. Also kein Segeln, dafür AG, junge Naturforscher. Es war Sitte, diese lästigen Arbeitsgemeinschaften immer an die jüngsten Fachlehrer abzuwälzen und so wurde unsere Arbeitsgemeinschaft durch einen Physiklehrer betreut. Der Mann hieß Küfer und hatte mit seinen 27 Jahren vom vielen Denken, wie er sagte, eine beträchtliche Glatze. Ich hatte keine Ahnung, was Physik ist. Ich dachte, junge Naturforscher werden Schildkröten füttern oder sowas. Herr Küfer konnte mit uns nicht viel anfangen und ließ Unterrichtsfilme über die Weltwirtschaftskrise und den Spanischen Bürgerkrieg rückwärts durch den Projektor laufen. Es waren unvergessliche Bilder, zum Beispiel als ein Schutthaufen plötzlich zu stauben begann und sich in ein Haus verzauberte oder als Flugzeuge wie mit einem Magneten Bomben einsammelten, die ihnen von unten entgegentrudelten. Als Küfer ein paar Jahre später geschasst wurde, hieß es unter anderem, er hätte durch rückwärts laufende Kriegsfilme pazifistische Illusionen geweckt. Dann sah ich im Fernsehen eine Sendung, in der es um meterhohe Betonmauern ging, die an lärmbelasteten Straßen als Schallbrecher dienten. Da in jener Sendung zweimal das Wort physikalisch fiel, fragte ich Herrn Küfer, wie so ein Schallbrecher funktioniert. Herr Küfer griff meine Anregung dankbar auf und vertiefte sich in die Theorie der Akustik. Nach ein paar Wochen hatte die AG Junge Naturforscher einen Experimentierbaukasten Akustik entwickelt, den wir zur Eröffnung der Messe der Meister von morgen präsentierten. Dabei blieb es nicht. Wir wurden zur Kreismesse delegiert und dort für die Bezirksmesse nominiert. Und ich sollte als Standbetreuer eingesetzt werden, ein Schüler der dritten Klasse als Experte für akustische Experimente. Was würde mein Vater dazu sagen? Ein Vater, der so wenig an mich glaubte, dass er sich nicht mal der Anstrengung unterzog, einem vernichtenden Satz wie »Ach, aus dem Jungen wird doch nichts« zu Ende zu bringen. Er winkte nach den Worten »Ach, aus dem Jungen« immer nur resignierend ab. Er sagte nicht mal meinen Namen. Niemals habe ich aus seinem Munde meinen Namen gehört. Ich habe zwar einen Vornamen, der jenseits der Grenze des Zumutbaren liegt. Ich heiße Klaus. Putzig, nicht wahr? Reimt sich auf Maus und Haus. Aber dass er meinen Namen völlig ignorierte, kränkt mich irgendwie. Nun wollte ich ihn in seinem Büro besuchen, damit er mich geläutert seinen Kollegen vorstellen kann mit Worten wie »Das ist mein Sohn und der ist gekommen, um mir zu berichten, dass er als Messestandbetreuer eingesetzt wird, in einer wissenschaftlichen Angelegenheit, von der ich leider, leider nichts verstehe.« Ich war nie bei meinem Vater im Büro gewesen. Er arbeitete im Ministerium für Außenhandel. Aber der Stadtplan sagte mir, wo das Ministerium lag. Ich musste 20 Minuten mit der U-Bahn fahren. Ich kam bis zum Fördner, der in mehreren Verzeichnissen nach der Zimmernummer meines Vaters suchte. Mein Vorname ist sicher ein Ärgernis, aber eine wahre Katastrophe spielt sich im Nachnamen ab. »Immer buchstabierbedürftig und garantiert unaussprechlich, zumindest auf Anhieb. Ich habe damit schon Wetten gewonnen.« Vom Fördner des Außenhandelsministeriums blieb mir die feuchte Aussprache in Erinnerung. Jedes Mal, wenn er »Ultsch« sagte, wurde die Trennscheibe besprenkelt. »Ein Ultsch haben wir hier nicht.« Damit begann er und dabei blieb er. Er hatte den Namen nie gehört und konnte ihn nirgendwo finden. Ich fuhr ratlos nach Hause und als ich meinen Vater zum Feierabend fragte, wo er denn arbeitet, murmelte er was von »Außenstelle«. Ich ging betroffen, um nicht zu sagen »geschockt« in mein Zimmer. »Natürlich.« »Außenstelle.« Endlich ein handfester Anhaltspunkt zur ewig schlechten Laune meines Vaters. Abgeschoben auf einen Außenposten blieb ihm die große, strahlende Karriere versagt. Mein Vater, ein Außenseiter einer Außenstelle beim Außenhandel, im Inneren seines Herzens, einsam wie ein Leuchtturmwärter, zerfressen von Enttäuschung ob der Schlechtigkeit der Menschen, die ihn eiskalt auf einen Außenpost verbanden. Natürlich, mein Vater ist der größte Kotzbrocken, dem ich je begegnet bin, aber das ist noch lange kein Grund, schlecht über ihn zu denken. Und als ich ihm jetzt endlich sagte, dass die Versuchsanordnung der AG Junge Naturforscher zur Bezirksmesse delegiert wurde, als ich ihm endlich stolz erzählte, dass ich als Standbetreuer eingesetzt werde, ich, ein Neunjähriger, wissen Sie, was er dazu sagte? Er schnippte mit dem Finger an die Knopfleiste meines Hemmnes und sagte, »Bis dahin wirst du hoffentlich gelernt haben, wie man sich ordentlich anzieht.« Vergessen Sie es. Die Messe sollte mit einem Rundgang wichtiger Repräsentanten eröffnet werden. Laut Protokoll würde es auch eine Visite an meinem Stand geben. Mein Schuldirektor und ein paar Leute, die ich nicht kannte, präparierten mich für diese Augenblicke und redeten pausenlos von Ehre und Bedeutung. Sie können sicher sein, dass mein Hemd richtig geknöpft war. Vom eigentlichen Ereignis weiß ich nur noch, dass ein paar dicke, schwitzende Männer an meinen Stand kamen, was mich sehr verwirrte, weil mir Repräsentanten angekündigt wurden und ich daher mit Frauen rechnete. Meine auswendig gelernte Präsentation wäre misstrauischer ausgefallen als geplant. Aber einer der Männer, vermutlich der wichtigste, ließ mich nicht zum Zuge kommen und machte einen Witz, den ich nicht verstand und nur als Witz erkennen konnte, weil die anderen Männer im Tross um das anbietendste Lachen konkurrierten. Zwei Fotografen gingen in Stellung, der Witzchenerzähler klopfte mir auf die Schulter und resümierte, dann man weiter so. Der ganze Auftritt dauerte höchstens zwei Minuten und als sie gegangen waren, grübelte ich, wieso diese Männer Repräsentanten genannt werden. Am nächsten Tag war ich in der Berliner Zeitung. Meine Mutter kaufte gleich 30 Exemplare und schickte mich nach weiteren 10. Wenige Tage später war ich sogar auf der Titelseite der NBI. Ich als Neunjähriger auf der Titelseite der Auflagenstärksten Illustrierten, neben einem der mächtigsten Männer des Landes. Das Telefon hörte nicht auf zu klingeln. Und der Klaus, ja der Klaus, sag mal der Klaus, also der Klaus, ist das wahr der Klaus? Mein eifriger Direktor setzte einen Auszeichnungsappell an. Man sah mir hinterher. Man raunte sich zu. Das ist er. Solange ich an diese Schule ging, hing die NBI-Titelseite gerahmt im Foyer. Als die Pionierzeitung Trommel nachzog und einen ganzseitigen Artikel über mich brachte, war meine Mutter schon so abgestumpft, dass sie nur noch acht Trommel kaufte. Ich könnte scheiße heulen, aber es war so. Mein heißester Wunsch ging in Erfüllung. Ich war kein Versager. Das Titelbild war der Beweis. Als junger Naturforscher und Meister von morgen auf der Titelseite der Auflagen stärksten illustrierten. Was soll mir schon passieren? Früher oder später würden sie Straßen nach mir benennen. Ich begann Tagebücher zu führen. Obwohl ich mich in meinen Tagebüchern eher an die Nachwelt wandte, hatte ich im Alltag auch immer ein paar Worte für meine Mitmenschen übrig, was ich mir hoch anrechnete. Und meine Mutter. Endlich konnte ich ihr in die Augen sehen. Nein, es war nicht umsonst, dass sie acht Jahre ihrer beruflichen Entwicklung meiner Erziehung geopfert hatte. Sie hatte nicht nur einen gewöhnlichen, artigen, fleißigen, sauberen, klugen und somit ganz vorzeigbaren Jungen. Sie hatte einen zukünftigen Nobelpreisträger herangezogen. Das Ergebnis von acht anstrengenden Jahren, in denen ich beharrlich dazu angehalten wurde, immer im ganzen Satz zu antworten, andernfalls wurde ignoriert, was ich sagte, acht Jahre, in denen sie mit mir nur didaktisch wertvolle Spiele wie Merkfix und Mühle und Mastermind und nur ausnahmsweise Mikado spielte, dafür aber niemals Mensch, ärgere dich nicht, schwarzer Peter oder Gipfel des Stumpfsinns, Krieg und Frieden. Dank der Titelseite wurde ich auch mein eigener Schlagzeilen-Erfinder. Meistens suchte ich nach der passenden Schlagzeile für meine augenblickliche Verrichtung. Wenn ich mit meinem Kumpel Bertram einen netten Nachmittag verbrachte, erwartete ich am nächsten Tag auf Seite 2 im Neuen Deutschland freundschaftliche Begegnung zwischen Klaus und Bertram. Wenn ich fingerschnippend darauf wartete, vom Lehrer herangenommen zu werden, wissenschaftlicher Nachwuchs meldet sich zu Wort. Und jetzt sitzen Sie mit Ihrem Diktilgerät vor mir und ich habe die Chance, auf die Titelseite der New York Times zu kommen. Sie ahnen, was Sie mir antun. Ich könnte reden, wie ich es schon immer wollte. Ich könnte reden als Tätig, Presseerklärungen kund oder persönliche Stellungnahmen. Ich könnte resümieren, verlautbaren, einschätzen. Ich plaudere nicht wahllos, sondern ich beantworte mit aller Konzentration Ihre Frage nach dem Mauerfall. Ich habe das Ende stets im Auge und was auf Sie zunächst konfus wirkt, das bekommt noch seinen Sinn. Denn in jener Nacht des 9. November liefen alle Fäden zusammen. Ich war's. Aber wer war ich? Nun, um es kurz und prägnant zu sagen und Sie mit den zentralen Kategorien meiner Ausführungen vertraut zu machen, ich war auf der Flucht vor meinem Schwanz und als mir zufällig die Mauer in die Quere kam, also was ist, wechseln Sie gleich die Kassette? Das zweite Band Der letzte Flachschwimmer Ich kam als Sturzgeburt auf einem Wohnzimmertisch in Brunn bei Auerbach im Vogtland zur Welt in Abwesenheit geschulten Personals Diese Formulierung stammt von meinem pedantischen Vater, er meint ohne Hebamme. Meine Eltern wohnten aber in Berlin in der Lichtenberger Pfarrstraße in einem Altbau, aus dem wir, als ich vier Jahre alt war, in einen 18-Geschosser am U-Bahnhof Magdalenenstraße zogen, genau gegenüber dem Ministerium für Staatssicherheit. Die Gegend heißt Frankfurter Allee Süd, abgekürzt FAS. Erwarten Sie nicht von mir, dass ich bereits beim Einzug eine nennenswerte Meinung zu dieser Wohnlage hatte. Ich weiß lediglich, dass ich unseren Fahrstuhl aufregend fand. Ich musste nicht in den Kindergarten, sondern saß glücklich zu Hause, hantierte mit meinen Buntstiften und malte Bilder, über die meine Mutter immer wieder in Verzückung geriet. Sie strahlte, sie lachte, sie lobte und wenn mein Vater zum Feierabend nach Hause kam, präsentierte sie ihm überschwänglich meine Malbilder. Oh, Mr. Kitzelstein, kann ich denn nie auf meine Mutter zu sprechen kommen, ohne eine zerknirschte Dankbarkeit zu fühlen? Dass ich der Verursacher ihres Karrierechnicks bin, ist nicht von der Hand zu weisen. Als ich kam, musste sie ihre Facharztausbildung unterbrechen. Sie hat es selbstverständlich nie erwähnt oder auch nur durchblicken lassen. Solche Opfer erbrachte sie stumm. Auch wenn ihr der Versprecher mit dem Klauz am Bein noch heute passiert. Ich musste zehn Jahre alt werden, um zu der Erkenntnis vorzudringen, dass ich ihren Doktortitel verhindert habe. Sie hatte Freude an ihrer Arbeit. Sie war Lichtenbergs Hygieneinspektorin. Sie ging daran auf. Sie hatte ihr Fachgebiet. Sie hatte einen Kittel, ein Büro, ein Telefon, ein halbes Dutzend Assistentinnen und viele, viele Termine. Hygieneinspektorin ist nur die halbe Wahrheit. Sie war eine Hygienegöttin. Sie inspizierte Bahnhofs, Toiletten und Großküchen, Imbissbuden, Kühlhäuser und Schwimmhallen, Lebensmittelabteilungen und Duschräume. Sie war bekannter als der Lichtenberger Stadtbezirksbürgermeister und charakterlich war sie mit einem Eigenschaftsbündel gesegnet, das sonst nur bei Hauptfiguren 13-teiliger Fernsehserien vorkommt. Ihre Zuverlässigkeit, ihre Kompetenz, ihr Engagement, ihre Unbestechlichkeit. Ihre spektakulärste Maßnahme war die 14-monatige Sperrung des Alfred-Brem-Hauses, der Tropenhalle des Berliner Tierparks. Meine Mutter setzte durch, dass die Besucher den Haus die Besucher